Ab dem 1. Oktober 2014 ist diese hier angebotene zweieinhalb Zimmer Mietwohnung bezugsfrei. Die Etagenwohnung liegt in Düsseldorf-Oberkassel. Die Wohnung wurde 1968 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Bei einer Wohnfläche von ca. 81 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 1.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017